Hi Freunde, ich bin's wieder, euer LMO und heute würde ich gerne mit euch eine Runde Stumbleguys aufnehmen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und ich würde sagen, wir fangen direkt an. So, was wir an jedem, was wir immer machen, wenn wir die Folge starten, den kostenlosen Spin. Denn das freut dich. Ich bin ein Yippie, oh mein Gott. Warum habe ich eigentlich nur so wenig? Boah, okay, das ist krass. Okay. Ja, super. Nein, 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 nein. Okay. Okay, ich würde sagen, wir fangen mit dieser Brutu-Dings an. Leute, ich möchte kurz was sagen. Ich habe Minecraft aufgenommen und falls ihr die Folge seht, es tut mir sehr leid. Falls ich das Dorf schon gelootet habe, ich habe nämlich aus Versehen, also ich habe aufgenommen, aber meine Facecamber im ganzen Bildschirm. Und deswegen seid bitte nicht sauer, wenn Tag drei dann schon mit den gelooteten Sachen ist. Es tut mir wirklich leid. Deswegen musste ich jetzt, also das heißt, musste ich nicht, aber deswegen wollte ich jetzt einfach eine Runde Stumbleguys mit euch aufnehmen. Weil ich das so, weil ich so sauer auf mich bin. Ich glaube, das war eine sehr schlechte Entscheidung. Warum sind die Pommes immer so gegen mich? Ich liebe Trampolin-Springen. Es bockt einfach anders. Autsch. Ja, super. Daran sieht man, dass ich den Stumbleguys einfach nur ein Loser bin, wollte ich gerade sagen, aber oha. Ja, schaffe ich es. Let's go. Warte, guck mal. Ich glaube, da kann ich mir sogar noch reingeschoben. Ich wollte so am Rand so lang springen. Warum nimmt sie denn auch den Weg? Der obere Weg ist viel einfacher. Ich kriege es nicht auf. Ja genau, die Mikro, das mein Papa hat aus Versehen das Kopfhörer wieder mitgenommen. Deswegen muss ich jetzt mit meinem alten Headset aufnehmen. Ich mache es nicht gerne, Leute. Glaubt mir, ich mache es gar nicht gerne. Gut, jetzt nehme ich mal den äußeren Weg und da oben, also wo ich oben lang gegangen bin, nehme ich jetzt unten den Weg. Okay, das ist glaube ich einen guten Plan. Das klingt nach einem guten Plan. Okay, also zum Glück wurde ich nicht runtergekickt. Genau, und jetzt gehe ich mal hier rechts lang. Okay, ich werde es wahrscheinlich auch nicht besser können. Ich glaube, das ist sogar noch schwieriger als das Pommes-Level hier. Sicher, aber gut. Let's go. Ey. Alter, das ist so eine gute Taktik. So, genau, jetzt gehe ich mal hier unten lang. Und ich verstehe nicht, was daran so schwer ist. Einmal auf diesem, was ist das, ist das Käse? So ein leckerer, äh, ich mag kein Käse. Und ekliger Grillkäse, oder was soll das sein? Ja, let's go. Let's go. Let's freaking go. Geh rein, Digga, geh rein. Das wäre jetzt so hart verdient, wenn der es nicht schafft Achso, die wollen den Dragon da provozieren Ja, guck mal Das ist wirklich richtig fies Also sowas würde ich nicht machen Sowas würde ich gar nicht machen Sowas finde ich richtig fies Ah, okay, sieht relativ gut aus Das ist für uns Wir sind im Halbfinale Let's go Okay Das werde ich zwar nicht schaffen, aber egal Ich probiere es trotzdem Ey Mann Ich hasse Gret und Schlag-Emote Warum hat Stumblegeist es überhaupt gemacht? Für die, die dafür viel Geld ausgeben, damit die einen Vorteil gegenüber den anderen haben Okay Sieht gut aus, aber werde ich wahrscheinlich nicht schaffen Ich bin Dritter Das hier sieht aber auch lecker aus Das ist so ein Schinken, ne? Das sieht aus wie so ein Schinken Das sieht aus wie so ein Schinken Ja, okay, ne Schade, aber es war echt Es war echt ein guter Run, muss ich sagen Ich habe es echt gut gemacht Ja, was kriege ich? Wow Oh, als nächstes kriege ich Wie viele Tokens? Wie viele? Zwei Stück Yo Da lohnt sich aber richtig Richtig Mir fehlt ein Gem, damit ich hier mitmachen kann Weil ich bin so Also da Also ich bin so richtig gut eigentlich Das macht irgendwie auch gar keinen Sinn Das ist Candy Chase Das Ding ist tralada So Ich muss mal kurz meine Kopfhörer abnehmen Ich habe ja gesagt, dass wenn ich meine Kopfhörer zu lange auf habe, dass meine Ohren weh tun Und ich habe meine Playstation jetzt auch aus dem Studio geholt Ich stehe jetzt hier bei mir auch rechts Okay, aber jetzt zum Spielen brauche ich Ton Schaffe ich? Schaffe ich? Schaffe ich? Schaffe ich? Ja Uh, habe ich geschafft Habe ich noch gesagt Boah, sogar richtig gut Hä? Hä? Oh Oh Okay, gut Okay Zack 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 Boom Tschakalaka Na, habt ihr etwa kein Vertrauen in mich? Zack Geh weg Banane Okay, was macht er? Oh Mist Ich gehe auch mal unten lang Oha, dieser Tropfen Ich finde, der sieht mega nice aus Ich finde, der sieht mega nice aus Ja, okay, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, mich zu qualifizieren Oh, das war so ein richtiger... das war so ein richtiger... das war so... ja, also entweder schaffst du es oder du schaffst es nicht Nein, das war so gut... ich glaube irgendwie nicht, dass das so schlau ist... oh mein Gott... Junge... Olivenholz... Oh mein Gott, was zur Hölle... Ich habe inzwischen einen so ausgefallenen Namen in Stumblegeist... Uh, so kann er noch mit dem Trick... und dann runterfallen... Oh, er wurde voll umgepuncht... Ja, würde ich auch lieber machen... zur Sicherheit... Oh ja, komm... Alien... Oh, der Legkuchen... Oh, der Legkuchen, Mann... Oh... Oh... Oh, mein Mann... Oh... Oh... Ich will übrigens auch einen Podcast machen... Also, ich will... wahrscheinlich werde ich ihn nicht machen, weil ich... Ich würde schon gerne jemanden mit mir machen, der den Podcast macht... aber ich habe halt keinen... Deswegen würde wahrscheinlich auch nicht kommen, der Podcast... Aber ich wünsche es mir... Ey... Okay... Okay, Konzentration-Mode ist... Konzentration-Mode... It's... It's activation... Oh... Yo... Das war aber richtig lack... Also, das war wirklich richtig Glück... Wenn ich Glück habe... Schaffe ich das noch... Aber ich habe wahrscheinlich kein Glück... Ja, das schaffe ich nicht mehr... Dicker Mann... Oh mein Gott, wie gut. Verdammt. Nein, ich werde es nicht schaffen. Ja. So Freunde, das war es dann sogar schon mit der heutigen Folge. Lass gerne den Daumen nach oben da. Abonniert mich im Kanal für weitere Stumblegeist-Videos. Und wir holen uns nochmal kurz die 2 Tauchens ab. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.